Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist mal wieder Freitag, heute ist der 17.01.2020. Ich hoffe, ich habe nie in diesem Jahr 2019 gesagt, aber es ist bestimmt passiert. Auf jeden Fall ist es 2020 um 6.18 Uhr. Ich bin ein bisschen spät dran, bin noch ein bisschen spät aus dem Bett gekommen, oder schwer, sagen wir es mal so. Ich habe gestern noch bis halb elf an Facebook-Anzeigen gesessen, noch ein bisschen was gebastelt und gemacht und getan. Und heute muss ich das noch verschicken, damit es entsprechend weitergeleitet werden kann. Was gibt es sonst so zu erzählen? Die neuen Emotes sind fertig für Twitch. Da habe ich gestern, während ich gearbeitet habe, noch der Grafikerin aus den USA zugeschaut, wie sie die gemalt hat. Und ich finde die echt schön. Und die sind jetzt auch schon beim Upload oder sind hochgeladen bei Twitch. Jetzt gucken wir mal, wie lange es dauert, bis die dann freigegeben werden. Denn im Discord könnt ihr euch die schon anschauen. Ja, ansonsten gespielt haben wir gestern noch zwei Stunden von 18 bis 20 Uhr South Park. Sind wieder ein bisschen weitergekommen. Haben eine neue Fähigkeit gelernt, wie man mit einem Furz die Zeit anhalten kann. Für fünf Sekunden, glaube ich. Ja, und Arbeit war auch gut, wobei sich da jetzt ein bisschen was verändern wird am Aufgabenfeld. Sehr wahrscheinlich zumindest. Und deswegen bin ich auch gestern erst später nach Hause gekommen und war alles ein bisschen knapp bemessen. Aber das wird schon werden. Was mir gerade so auffällt ist, ich bin total unrasiert. Ich sehe aus. Das geht ja nicht. Aber das geht doch. Vielleicht könnte ich mir jetzt noch schnell rasieren, bevor ich ins Büro gehe. Das wäre eigentlich eine Idee. Bin ich heute ein bisschen später dran. 6.20 Uhr haben wir es jetzt. Dann bin ich erst 7 Uhr da. Das reicht eigentlich völlig aus. Damit ich ein bisschen vernünftiger aussehe oder menschlich auch nicht so verwahrlost. Ja, ansonsten werde ich mich heute Nacht der Arbeit mit Herrn Sohne treffen. Ihm seine Plätzchen übergeben. Und dann mal schauen, was der Nachmittagabend heute so bringt. Ich habe eigentlich nicht viel geplant. Vielleicht ein bisschen dösen, ein bisschen schlafen. Vielleicht ein bisschen Film gucken, Serien. Wochenende wird wieder schön mit Kinofilmen. Am Samstagabend um 11 oder so würde ich gerne mir Motherless Brooklyn angucken, glaube ich. So heißt der, glaube ich. Und am Sonntag gehe ich zusammen mit Jermaine in den 1917-Film. Beides im Mercedes-Kino, wollte ich schon sagen. Im UCI-Kino am Mercedes-Platz, Warschauer Straße. Und wir sind schon mal gespannt. Eine Vorstellung wird im iSense sein. Und da sind wir mal ein wenig aufgeregt. Was denn da jetzt anders, neu, besser, cooler oder vielleicht doch nicht so gut ist. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja. Gut, das ist es. Ich wünsche euch was. Kommt gut ins Wochenende. Und falls es euch schon aufgefallen ist, meine Haare sind ein bisschen kürzer. Die Friseuse, also Nadine war gestern da und hat mir freundlicherweise wieder ein bisschen was von meiner Haarpracht gestutzt. So, ich muss jetzt los. Also, bis dann. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche euch.